Hallo und herzlich willkommen an diesem Donnerstag zu einer weiteren Folge Re-Infected. So, ja, so sieht es aus, das werden wir heute fertigstellen. So sieht es aus, unser Haus. Ja, so, und ich muss auch ehrlich sagen, ich hätte das auch gerne schön langsam fertig. So, zwischen den Folgen habe ich ein bisschen was gemacht. Ihr seht, hier habe ich Huls gesammelt. Und was haben wir noch? Irgendwas habe ich noch gemacht. Ja, wir werden es sehen. Wir werden es sehen. So, Brädchen brauchen wir als erstes. So, haben wir überhaupt Platz? Wir haben super viel Platz. Oh, Wasser. Wasser. Ja, super viel Platz. Bio könnte man auch heute einschalten. Pass auf, das machen wir. Das machen wir so selten. So, laubdichte Medien. Okay, weiter. Yeah. Oh, das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. So, super Haus. Bis auf die eine Wand. Okay, die können wir hin. Dann holen wir uns mal die Brädchen. Auf zu dem Brädchen. Auf zu dem Brädchen. So, wunderbar. Und bis wir so richtig beladen sind. Mit Brädchen. Ja. So. Dann können wir hier noch ein paar mitnehmen. Wunderbar. Geht so richtig voll. Ja, das sind Brädchen im Inventar. Also. Dann mal rauf mit uns. So. Und fangen wir mal an. Hier die Wand. Hier die Wand. Hier die Wand. Hier die Wand. Die Wand. Hier die Wand. Und. So. Schön. 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 Tririr. 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 So. Und hier auch noch vier Stück rein. So. Da glaube ich einen. Da fehlt einer. Na 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 na. Na na na. Er hat schnell die Decke reingezimmert. Dann haben wir nämlich das Räuschen auch fertig. So. Dann werden wir gleich schauen, welche Jahreszeit wir haben. So. Warum das wichtig ist? Weil wegen. Wir müssen uns auch irgendwann um die Fischlichter kümmern. Fischlichter. So. Und. Na sie juckt. So. Ah. Wir brauchen noch Brädchen. 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 So. So ist es richtig. So. Die Brädchen. Nehmen wir mal da. Ständer leer. Auf geht's. Schade. Verpasst. So. Wir nehmen gleich ein paar Hölzer mit. So. Da rein. Hölzer mit. Da rein. So soll es sein. Und hier auch gleich. Hier noch. Hier noch. Super. Super. So. Na dann bringen wir hier die Brädchen zurück. 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 So. Ich hätte den Hölzchen. Brädchen. Ständer gerne wieder voll beladen. Das ist jetzt halber. So. Da haben wir auch noch welche. Die legen wir da rein. Hallo. Wolf. Nö. Kein Wolf. Okay. So. Wir bauen uns noch eine Kiste platzierbar. Lager Kiste. So. Die hätte ich gerne da. Sofern wir das hinkriegen. Hinter die. Hinter die Muschmaschine. Einfach nur hier hintere gestellt. Sechs Stück. So. Und bam. Yeah. So. Name eingeben. Das lassen wir vor. Ist das? Ja. So. Wenn wir uns hier herstellen. Oh ja. Und dann hier her schleppen. Dann können wir hier eine ganze Menge Sand reintun. Nanananananananananananananananananananananananana. So. So. Und mit dem Sandteil schleppen wir uns hier hin. Und dann werfen wir gleich da rein. So. Was habe ich auch zwischen den Folgen gemacht? Da dachte ich aber ein wenig. Alu. Äh. Alu. Ja. Auch. Und auch Kobayt. Holt. Und das blaue Zeug. Es zieht fürchterlich runter. Hm. Okay. Fasche Küste. Fasche Küste. Fasche Küste. Und den Rest da rein. So soll es sein. So. Blaues Zeug. Ihr seht. Schön langsam wächst unser Bestand wieder. Ah. Großartig. So. Bedeutet aber auch. Ich möchte gerne. So. Wenn man hier in den Strom sieht. Ja. Eingangsstrom wird wieder weniger. Die Batterien. Super, dass wir die so haben. Hier fehlt noch 12 Alu. Die holen wir uns gleich. Ich glaube wir haben 12. Hehe. So. So. Dann werfen wir die mal da rein. Das hätte man natürlich untertags machen sollen. So. Jetzt brauchen wir noch 4. 12. 12 Kupfer. Ich glaube. Die haben wir. So. Ich glaube das mit den Fischlichtern muss noch ein wenig warten. Schade. Aber wir werden das hinkriegen. So. Und Blei. Wir haben uns machen müssen. Wir sollten aber eine Runde schlafen gehen. Davon wir hier weitermachen. Was ist das eigentlich für eine Jahreszeit? Wir haben Mai. Wunderbar. So. Saueres Wasser. Da haben wir auch noch sauberes drin. Das heißt mal noch drin. Decke ist drauf. Dann legen wir uns mal wunderbar hin. So. Und zwar. eine Mai-Horde. Eine Mai-Horde. Eine frische Mai-Horde. So. Speer ist wieder gut. Dann haben wir die Spitzhacke. Das ist auch wieder gut. Und die Eise nackst. Super. So. Apropos Spitzhacke. Nö. Die lassen wir uns im Inventar. Die wieder hier her. Wow. Na-ne. 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 Ja, wir verteilen die Hardschotten, wie es nur geht. Ja, komm, stell dich auf, Mädel. Verdammt. Och, aus ihr machen wir einen Igel. Verdammt. Ja, genau, dort hin, bitte. So, komm, stell dich schön auf. Wahnsinn, oder? So. Keinen Roundhouse Kick, bitte, weil sonst... Ja. So, Knochenpfeil, Knochenpfeil. Fünf Stück, wahnsinn, wie viele wir da verhetzt haben. Jetzt haben wir mal eine andere Art, mit der Horde fertig zu werden. Ja, wir haben Pfeile verschossen. Super, Hardschot. So, die Dame, die als Igel durchgehen würde. Ich glaube, wir haben eine ganze Menge Pfeilchen hier auch verloren. Ah, Knochenpfeil, Knochenpfeil, hier. Wunderbar. Oh. So. So weit, so gut. So, dann legen wir uns mal fertig hin. So, wie viele Pfeilchen? 37. Wir hatten schon mal mehr Pfeilchen. So, also, schön weiter schlafen, bis die Energie voll ist. Bam. So, dann Fisch zu Boden. Und aufhängen, das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Hier Fisch hingehangen. Gehangen. Gehangen. Ja, alles gut. So. Huh, dann machen wir hier mal weiter. Huh, da geht es weiter. So. Sehr schön. Dann haben wir hier ein Glas drin. Glas, Glas. Glas, Glas. Ja, muss man ja auch mal machen. Glas, 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 Glas. Da muss man von außen. Oh, wir haben nicht mehr genug Glas. Na gut. Na gut. So, da haben wir ein Eisen. Und, wie soll ich sagen, hier. Rauschen. Oh. Oh. Ein paar Meischel. Das legen wir da nach unten. So, so, so ist es gut. Ja. So, dann kommen da ein paar. Oh. Oh, das zieht runter. So. Super. So, und dann werfen wir da gleich rein, die Nächsten. Gutes blaues Zeug auch dabei. Dann haben wir hier wieder ein bisschen Alu. Nein, das will ich eigentlich da nicht drin haben. So. Super. Und was können wir da reinlegen? Ja, die Fragments kommen hierher. Dann haben wir hier einen Stein. Dann nehmen wir gleich eine Ladung Steinchen mit. Steinchen, der Steinchen. Super. So. Da kann man die Steinchen wunderbar reinlegen. Herrlich. Alles gut. So. Dann nehmen wir alles mit. Ups. ich würde sagen wenn es ein bisschen heller ist wandern wir auch gleich in die hölle die hölle haben wir ein bisschen von dem zeug wunderbar und ein bisschen sand das haben wir nämlich bei den nächsten malen wieder verheizen den guten sand jetzt schauen wir hier nicht noch wir haben noch ein wenig glas gehabt hier nicht hier hier ist es drinnen oder fixen raus so über die fenster drin sehr schön dann kann man hier natürlich auch wieder anfangen dass man glas ein gibt so super so sie für sie schon es ist sand ja ja das wölfchen könnte man gut aufhängen hier fische immer gleich mit so den lehmenden geben wir da rein wunderbar so spitzak ist gut wir haben alles dabei ich möchte gerne wieder bis zu zehn stück möchte ich gerne möchte ich gerne blei holen ja wir brauchen wir brauchen enorme mengen bei wir haben oben ja noch immer die windräder unfertig also noch immer ist halt auch ein riesen projekt so zehn blei hätte ich gesagt ist wieder so eine sache wo man sagen kann ein bisschen blei aus der höhle holen und wir verbringen nicht die ganze folge nicht die ganze folge was wir in der höhle schon für überraschungen erlebt haben das ging weit über skorpione hinaus so fischer wir nehmen mal die fische aus muss ja auch was machen in der höhle spezial fisch höhen fisch nicht höhen fisch höhen fisch so hier nicht 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 hier nicht hier nicht okay keine unter wasserbommel finde ich ganz gut sind eben nicht so praktisch auch zum abbauen eher weniger spaß unterwasser es geht es geht jetzt ist endlich leer so das ist wieder so ein so ein tag an dem es nicht viele bauern gibt hier müssen wir noch mal einspringen in den teich komm machen wir das man sieht zwar schlecht ja hier man sieht zwar schlecht im teich aber ab und zu gibt es hier einfach probieren ja so legen wir da runter vier stück brauchen wir noch dann haben wir es geschafft dann können wir die höhle wieder verlassen und weitermachen ja nein 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 so angst beim durch die höhle laufen dass man irgendwann mal dass ich da so richtig voller wucht voller energie ins skorpion reinlaufen sein oder so weil die machen ja echt auch im hardcore modus machen die ja unschönen damage damage super da fehlt doch einer ja ja ich will da raus ja nicht mal gesehen nicht mal gesehen schnell verbinden schnell ist gut wasser weißt so profess 해주 ebene so dann das was das was das Ins Wasser geben wir nicht mehr, so meine Wien, wir haben, unser Ziel reicht. So, Schluck trinken. Akkorken schnabulieren und weiter geht's. Und wir laufen zurück, back to the base, irgendwo war da ein Wolf, ob der nicht aber schon weiter gewandert ist, das würde überaus zufriedenstellend sein. So, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut, denn das macht mir einen neuen Mut, so, super. Sehr gut, frischer Mais ist eine gute Sache, so, hier haben wir, wir haben mal das hier, das lege ich da ein, dann haben wir hier, nö, hier, Sand, ja, Sand, endlich, Sand, so, link, Sand, bam, mach mal, Cement, schön langsam wächst auch unser Cementbestand. So, was brauchen wir denn heute? Wir brauchen noch 15 Blei, 15 Blei, ja, ich nehm die mal raus, ich bin zu frei. 15 Blei, so, mach doch lieber die Windkraftwerke, nö. So, und die drei, all right, müssen wir da noch, ah, die nehmen wir auch, die werfen wir da dazu, zwei Stück haben wir da unten noch, yeah, so, so, passt, dann ist das Ding wieder voll. So, da ist das drin, dann haben wir hier ein wenig Alu und blaues Zeug, blaues Zeug, da kommt mir gerade die Idee, blaues Zeug, blaues Zeug, hm, machen wir nochmal kurz, Quad, so, was hat er denn, was hat er denn, Overheating hat er, Overheating hat er, es wird Sommer. So, na dann, legen wir mal ab das T-Shirt, so, später brauchen wir mal ein Kühl-Shirt irgendwann, dann, so, so, und so, dann legen wir da nach unten, wie viel Gewicht haben die? 0,36 mm, so, da könnten wir, wenn wir Spaß dann haben, den essen, und den können wir mal reinlegen, so. Ah, gut, dann schauen wir, dass wir die Batterien heute fertig kriegen, so, wir brauchen dazu, das hier, so, ja, mein, drei fehlen noch. So, super, die anderen werfe ich da oben rein, das können wir gleich nutzen, dass wir es, muss man anschauen, wie viel wir da haben, oh, lauter Blei fehlt uns da noch, Blei, heißen Alu, da hinten fehlt alles, so, hauptsächlich Blei, hauptsächlich Blei. So, Elektrik machen, ein wenig Elektrik, das geht immer. So, da, super. So, wie sieht es hier bei den Extrakteuren aus? Ganz gut, würde ich mal sagen, wir nehmen das raus. So, hier, ganz gut, wir nehmen das raus. Ganz gut, wir nehmen das raus. Und ganz gut, wir nehmen das raus. Sehr gut. So, Kohle werfen wir gleich mal da. Okay, so, dann haben wir hier, Kohle zum Nachwerfen, coole Kohle. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7. Bam. So, dann haben wir hier, Kohle zum Nachwerfen. Nehmen wir da was raus? Ja. So, vier Stück fehlen noch. Fünf Stück eigentlich. So. Bam. So, Steinchen. Da rein. Dann haben wir, Kohle ist gut, das lassen wir uns noch im Inventar. So weit, so klar, bis auf die eine. Die wirfen wir weg. So. Wir haben Alu, wir haben ein wenig Blei. Blei ist da ausreichend drin. Blei kommt jetzt da dazu. Wobei, schleppen wir das doch mit rauf. Oder? Wir schleppen das mal mit rauf. Overheating? Okay. Gut, dass wir rauslaufen. So. Na dann? Yeah. Yeah. Wir müssen uns ein Kühlschirt bauen, das hilft ja nichts. So. Da ist alles leer. Kühlschirt. Schaut. Schaut. Kühlschirt. Wir stehen uns mal in den Schatten. So. Sonnenbrand kriegen wir keinen, aber wir brauchen Kühlschirt. Schutz und Kleidung. Kühlschirt. So. Vier Tuch. Haben wir? Fragezeichen. Haben wir? Schauen wir mal. Ja. So. Na dann? Auf ein Kühlschirt basteln. So. Vier davon. Nö. Vier davon. Bäm. So. Was ist denn das hier? Oh, die Schneehose. Deshalb. Okay. Wir bauen uns da ein Kühlschirt. So. Schneehose. Schneehose. Ja. Jetzt geht's. Super. Da könnten wir auch eine Kohle reinwerfen. Aber das machen wir erst später. Später. So. So. Was haben wir denn da? Mai, Frühling und es ist jetzt schon so heiß. So. Na 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 na. So. Wir haben mal hier. Und wir haben mal... Oh, sauberes Wasser. Hier. So. Dann werfen wir das da rein. So. Wir haben 5 Elektrik dabei. Die Frage ist, werfen wir es da ein oder da ein? Ich würdest du erst mal da rein werfen. So. Na ja. Ein bisschen Elektrik fehlt noch. 6 Mechanik. Und ein Eisenbahn. Komm, das machen wir fertig. 6 Mechanik, ein Eisenbahn. Das kriegern wir hin. So. Dann machen wir 6 Mechanik, ein Eisenbahn und eine ganze Menge Elektrik. Oh, so viel Elektrik haben wir gar nicht. Okay. Oh, wir brauchen noch mehr. Oh, können wir nicht machen. Können wir nicht machen. So was können wir nicht tun. So. Oh, wir wollten schauen, wie viel Kapazität wird. 18.000. Yeah, 18.000. Okay. So. Jetzt verwursten wir mal zur Mechanik. Nein, falscher Tisch. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und sieben. Nein, den einen brauchen wir. So, wie er ist. Come on, here. Und hier rein. So soll es sein. Ja, fehlen noch sieben Elektrikteile. Das ist wunderbar. Was kriegen wir auch noch hin? Sieben Elektrikteile. Kriegen wir das noch hin? Ja. Aber wahrscheinlich nicht bei der Folge. So. Dankeschön. Ein paar von denen hier. Ja, wir können die leider im Moment. Wir brauchen das Kopfer. Wir brauchen Kopfer. Es hilft nichts. Lass doch zwei auf Kopfer laufen. Ja, okay. So. Das merke ich mir aber nicht. Bis nächster Folge. Was wir aber tun können. Wir stellen noch zwei Extraktoren dazu. Wir brauchen ja sowieso welche. Das ist eine gute Idee. Wir stellen noch zwei Extraktoren dazu. Das könnten wir theoretisch auch in der Folge noch machen, oder? Theoretisch schon. Das entsorgen, das mitnehmen. So. Dann bauen wir uns einfach noch zwei Extraktoren schnell auf. Schnell. So. Wobei, wir haben jetzt genug Kopfer. Wirklich genug Kopfer. Hm. Es ist die Frage. Bauen wir uns Elektrik? Und vollenden wir unser begonnenes Wert? Ich glaube, ja. Ich glaube, dass wir mal genau so... Oh, verdammt. Ein Stück viel. Das werden wir genau so machen. Wir beenden unser begonnenes Werk. So. Wir haben mit. So. Zehn vom blauen Zeug. So. Zehn Elektrik. Sind schon am Start. Jetzt machen wir das fertig. Hier. Geht sich alles aus. Geht sich alles aus. So. Teh, 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 teh. Die wäre schön, aber das reicht leider nicht. So. Bisschen Plastik dazu werfen. Schon nochmal Elektrik. Und dann haben wir die zweite Steinmühle. Am Start. Ich frage es nur, ob wir die wirklich auch aufdrehen. das ist eine gute frage natürlich wir installieren sie mal fertig so steinmühle 2 hier annehmen so die müssen wir natürlich verbinden verbinden ein stein die müssen wir verbinden so ich sage mal da hängen die immer hier nehmen über ein kabel gabo 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 nämlich mit nur ein paar steinchen zum anfühlchen wunderbar lassen wir noch liegen den hemmer beim rückweg auf so wir haben von da oben der kabel auf der kabel wir haben von da oben der kabel so moment alle steinchen da händchen da auch super so am rückweg wie gesagt mitgenommen so wir tauschen natürlich wieder ausspitzhacken mit in mir und er ja super 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 so dass meine lieben räumen wir beim nächsten mal aus wenn die gabo wir haben noch ein bisschen elektrik sieben stück elektronisch vielleicht für reserve und extraktoren ich denke mal nächstes mal definitiv extraktoren die könnten auch gleich wieder übersiedeln so schlückchen schlückchen meine lieben sauberes von der flasche hier so finde ich gut finde ich ausgezeichnet 10 40 ausgang haben schon 650 naja 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 müssen uns oben kümmern ich glaube wir müssen uns oben kümmern dass man möglichst bald die windräder fertiger bekommen oder wir bauen uns einfach noch mehr fotovoltaik dass die batterien schneller angefüllt werden kann auch nicht schaden so wunderbar da ist natürlich er hat die stein grün verbauen 200 solange sie laufen nur er läuft gar nicht holen uns gleich mal 10 von ihm hier und 10 sand so meine lieben wir werden schon sehen nächste folge was wir alles weiter bauen im moment freut es mich mal dass wir die zweite steinmühle erledigt haben und hier das haus weiter gibt ja da können überall fenster ein da können überall ziehe rein das kriegen wir schon hin das kriegen wir schon leben so meine lieben das war es aber für die heutige folge ich bedanke mich fürs dabei sein und wir sehen uns wieder in der nächsten folge bis dann tschüss